Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Allesamt herzlich hier bei uns in der Anstalt in Arkham Asylum. An meiner rechten Professor Dr. Dr. Heiko Hörnig. Guten Tag! Guten Tag, ihr lieben kleinen Pingu-Fans. An meiner linken Seite der Leiter der Einrichtung, der Ehrenbürger der Stadt Gotham City und der Mitmensch Maurice Allard. Hallo! Das war ein Intro, auf das ich jetzt keine coole Vorbereitung hatte. Ich dachte, jetzt bin ich nämlich der verrückte Insasse. Und weil Heiko Pingu-Fan gesagt hat, wollte ich einfach nur Nerd-Nerd machen. In diesem Sinne, Nerd-Nerd an alle! Nerd-Nerd an euch alle! Ich bin der Facility-Manager dieser Einrichtung und tausche im Ostflügel die Glühbirnen aus. Ansonsten bin ich der Mann fürs Grobe. Hallo, ich bin der Andi und ich habe die große Freude heute mit diesen beiden Herren. Mal gucken, wie lang über die vierte Folge von The Penguin zu sprechen. Die hat sogar einen eigenen Titel. Da haben wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen, was für ein Titel das ist und was er bedeutet. Er nennt sich Centani. Wird aber, glaube ich, mehr so zusammen. Es wird einmal in der Folge gesagt Centani, glaube ich, sagt die. Und das heißt, es ist ein Gruß der Mafia, oder? So weit war man stehen geblieben. Ja, einen Trinkspruch hatten wir, glaube ich, sogar recherchiert. Und so wird er auch benutzt in dieser Folge. Hier geht's ums Ballern. Geil! Und es geht relativ nahtlos weiter, so wie das bei uns hier auch bei den Recaps sein wird. Wir hatten ja am Ende der dritten Folge einen großen Cliffhanger. Und wir, liebes Publikum, haben hier auch die ersten fünf Screener der Staffel vorab bekommen. Das heißt, wir zeichnen das hier alles teilweise über einen Monat vor offiziellem Release auf. Und wir haben uns schon auch ein bisschen für euch geärgert, dass ihr nämlich mal eine Woche warten müsst, bis ihr nach Folge 3 rausbekommen, bis es in Folge 4 weitergeht. Aber wir konnten direkt weitergucken, Maurice. Was passiert eigentlich? Also, wer die letzte Folge nicht gehört hat, ich will einfach nur so viel verraten, dass ich, wir haben hier in der Abmachung einen Pakt eigentlich in diesem Trio, dass wir die Folgen nicht alle schon durchgucken, sondern immer erst, wenn sie rauskommen. Und weil der Screener von der dritten Folge so abrupt endete, weil aus irgendeinem Grund das Outro nicht dabei war, war ich so, irgendwas ist kaputt. Und dann hat die vierte Folge angeguckt und ich habe nur die erste Minute der vierten Folge geguckt und war so, holy shit, Leute, wann machen wir endlich die Besprechung? Ich will endlich die vierte Folge gucken dürfen, weil was direkt ja schon in der ersten Minute alles passiert, nachdem die dritte Folge ja endlich Fahrt aufgenommen hat. Unser Resümee aus dem letzten Talk war ja, hey, jetzt wollen wir wissen, wie es weitergeht. Und es sind genug Brotkrumenspuren gelegt, denen wir weiter folgen wollen. Und es war eine ziemliche Achterbahnfahrt, aber vielleicht eine grobe Zusammenfassung wäre aus meiner Sicht, wir kriegen einfach einen Origin-Plot, also wir kriegen die Hintergrundgeschichte zu einem unserer Hauptcharaktere. Also während Pinguin natürlich der namensgebende Charakter dieser Serie ist, haben wir ja einen Falcon-Charakter, der sehr wichtig ist. Und dazu darf Heiko jetzt ein bisschen was erzählen, was da genau passiert. Vielleicht können wir da noch mal einen Moment vorher anfangen, weil es ist ja noch die Auflösung des Cliffhackers von letzter Folge, den müssen wir jetzt letztlich vielleicht erstmal reinschieben. Richtig, richtig. Das ist die allererste Szene. Was ist denn jetzt mit der Geiselnahme und warum ist denn jetzt der Pinguin aufgeflogen und warum spuckt der eigentlich die ganze Zeit so rum, wenn er Angst hat? Und warum gibt es einen Unfall? Da müssen wir auf jeden Fall nochmal kurz drauf eingehen, bevor wir die Haupthandlung der Folge auseinandernehmen, oder? Ja, das stimmt natürlich. Tatsächlich springen wir sogar nochmal irgendwie eine Minute zurück am Anfang dieser Folge und wir sehen nämlich, wie Pingu und Sophia Falcone da knient vor der, wie heißt sie denn, unserer geliebten Mafia-Dame. Amerikanisch-iranischen Schauspielerin, die wir sehr vergötet haben, aber deren Namen wir hier besser nicht aussprechen. Genau. Man könnte ja meinen, wir hätten es geübt. Sie müssen auf jeden Fall, genau, sie heißt ja Maroni, nennen wir sie einfach beim Nachnamen der Figur. Frau Maroni. Frau Maroni. Sie knient vor ihr und sie sagt im Endeffekt so, hey, du hast uns komplett verarscht, du dachtest, du kannst uns hier gegeneinander ausspielen und Sophia kriegt das ja zum ersten Mal mit, sie kniet da ja auch neben Pingu und merkt eigentlich direkt, wie der anfängt, sie, also eigentlich wieder seine Bullshit-Nummer abzuziehen. Der fängt an zu labern und versucht die Maroni-Frau zu belabern und sich da rauszuwinden. Und ich glaube, Sophia fühlt sich in dem Moment richtig, richtig dumm, dass sie Oz auch nur eine Sekunde Vertrauen geschenkt hat oder auch nur so diese Partnerschaft bereit ist einzugehen. Ich glaube, sie sagt das später auch, alles in meinem Körper hat eigentlich geschrien, dass ich das nicht machen soll und ich habe es trotzdem gemacht. Und das ist eigentlich so die schlimmste Schande, die man wahrscheinlich abbekommen kann, wenn man gegen sein besseres Wissen handelt. Und naja, dann kommt ja schon Vic mit dem Auto. Es gibt ziemliches Chaos. Ich glaube, Sophia knallt mit dem Kopf irgendwo dagegen, hat also auch noch eine Platzwunde. Währenddessen schaffen es Vic und Oz, in seine Karre zu kommen und abzuhauen. Und Sophia wird eigentlich bewusstlos, aber nicht bevor sie noch einen Telefonanruf absetzt. An jemanden, wir werden dann später rausfinden, das ist ihr Therapeut. Das können wir hier schon mal spoilern. Und sie wird dabei bewusstlos. Und dann ist eigentlich der Rest der Folge eine riesige Flashback-Episode, die genau das eigentlich behandelt, was wir in unserer letzten Episode so besprochen haben. Die große, wer ist eigentlich der Hangman? Was ist eigentlich Sophias Deal? Und ich muss echt sagen, ich weiß nicht, wie es euch ging. Andi, wie ging es dir damit? Ich hatte auch plötzlich das Gefühl, wir gucken nicht mehr The Penguin, sondern wir gucken The Falcon. Oder auf jeden Fall haben wir plötzlich eine andere Hauptfigur. Sophia, die Show. Wir hatten ja schon, glaube ich, in der allerersten Besprechung der ersten Folge uns das irgendwie so ein bisschen erhofft, weil es ja irgendwie auch aus den Trailern klar wurde, dass so eine Folge kommen würde. Und ich sag mal so, jetzt ist auf jeden Fall der Zeitpunkt, wo das auch sinnvoll ist, weil hier einfach auch eine Menge Fragen beantwortet werden. Wo auch so Fragen beantwortet werden, darauf gehen wir ja dann ja noch ein. Wie beispielsweise die ursprüngliche Beziehung von unserem Pingu, also von Ossi und Sophia gewesen ist, dass er eben tatsächlich ihr Fahrer war. Das hatte ich so konkret nämlich nicht verstanden im Gegensatz zu euch. Ihr habt das beim letzten Mal schon, weil ihr so schlau seid, einfach erkannt. Und hier wird es halt nochmal ein bisschen verdeutlicht und so ein bisschen erzählt, wie so die allgemeine Situation war. Und dass Korb offensichtlich aufgestiegen ist in der Hierarchie. Wie das im Detail passiert, sehen wir zwar nicht, aber dass die sich halt ganz gut verstehen. Und ich habe hier schon versucht übrigens, das Letzte, was ich zu dieser Szene ganz am Anfang sagen möchte, rauszubekommen, was das eigentlich für ein Zeitungsstapel ist, auf dem die Sophia einpennt. Und die hat ja dann dieses Blut an der Schläfe, also da läuft es so, tropft es raus. Also entweder ist es sehr nah oder ist ein Streifstoß gewesen vermutlich. Und da pennt sie, also sie sagt ja so weg auf dem Zeitungsstapel. Und ich habe echt gedacht, oh, was könnte das sein? Ist das vielleicht sogar schon die Gotham-Gazette, die hier im Laufe der Folge auch eine Rolle spielen wird? Aber es ist so verschwommen. Ich glaube, ich kann das Wort Pilz lesen, also Pillen. Ich kann, boah, Hillary, Valerie oder sowas, da wird es schon eng. Aber den Titel der Zeitung, da müsste ich mich echt schwer tun. Da brauche ich eine künstliche Intelligenz, die mir das hochrechnet, bevor ich das scharfe kennen kann. Ja, ihr habt da auch nicht irgendwie eine Ahnung. Wird wohl die Gotham-Gazette gewesen sein, ne? Alles andere macht keinen Sinn wahrscheinlich. Naja, aber apropos verschwommen, weil wir ja gerade, du hast gesagt, Streifschuss, Heiko meinte Platzwunde. Ich fand, ich habe wenig Kritik an den Bildausschnitten und vielen anderen Elementen der Serie. Aber ausgerechnet diese Szene, wo Vic den, also man versteht, als das alles passiert, diese Action, klar, es soll ja auch verwirrend und plötzlich und alles so sein. Es ist super schwer zu lesen, was genau passiert und wo welcher Charakter steht und warum sie eine Platzwunde hat. Also wird sie von Pinguin umgenockt? Geht ein Schuss los. Das Einzige, was halt irgendwie sehr deutlicher nochmal gezeigt wird, ist, dass Pinguin auch richtig sehr aktiv sie zurücklässt. Also dass es halt eine ganz bewusste Entscheidung ist, nicht anzuhalten, ihr nochmal die Tür aufzuhalten und sagen, jetzt steigt noch schnell mit ein, sondern sie überlässt sie ja auch total ihrem Schicksal. Also wir sehen halt, dass der Pinguin ein Fluchttier ist. Ja. Das Beste, was ihm hätte passieren können, wäre, dass sie alle tot sind eigentlich, ne? Sowohl die, die, ich hab übrigens geschaut, ihren Namen ist Nadia Maroni. Und dass sowohl die tot wäre, als auch Sophia. Das wäre eigentlich das Beste, was ihm passieren könnte. Ich kann es im jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht einschätzen, ob eine spätere Szene, die wir sehen, nämlich so quasi was wie innerfamiliäre Falcone, Probleme geklärt werden. Ob das jetzt vor oder nach dem Spiel, das müsst ihr mir dann später noch sagen. Aber ja, das wäre das Beste, was ihm passieren könnte und er flüchtet. Und Vic fährt ihn weg. Yes. Und ja, dann, ähm, dann landen wir ja auch quasi schon in Arkham. Mehr oder minder nicht wirklich direkt, sondern wir sehen ja eigentlich einen liebenden Falcone-Oberhaupt mit dem gerecasteten Tom Strong, ist das, ne? Nee, nicht Tom Strong. Mark Strong. Mark Strong. Tom Strong ist der Comic-Character, sorry. Genau. Same, same, but different. Nee, und ich fand's ganz lustig, irgendwie, ähm, jetzt erst mal so, ich will nicht so kritsch rücken. Es wirkte auf mich so, wie jetzt, ob sie da auch ganz bewusst viel darauf geachtet haben, dass er auch immer seine Sonnenbrille trägt. Später gibt's ja so eine Story-Relevanz, deswegen, glaub ich, so ein bisschen. Aber damit einem das nicht so auffällt, dass er gerecastet wurde. Ähm, gut, also, ja, wahrscheinlich, also, es soll irgendwie an den Look anschließen, aber es ist offensichtlich, dass er dich, äh, John Turturro ist, ja. Ich fand's halt nur geil, dass er halt, egal wo er ist, immer seine Sonnenbrille trägt, wie so diese Arschlöcher in Clubs, die immer die Sonnenbrille noch anbehalten. Aber, ähm, vielleicht ist er ja auch genau so ein Arschloch. Denn, was wir halt sehen, die Dynamik zwischen den, äh, beiden Kindern, also von dem ermordeten Bruder, den der Pinguin in der ersten Folge getötet hat, und, äh, seiner Schwester und dem Vater. Und wir stellen fest, dass, ähm, ja, der Sohn gar nicht mal so die erste Wahl ist für die Nachfolge, sondern dass eigentlich Sophia die geplante Nachfolgerin ist, was natürlich alles, was wir dann bis dahin gesehen haben, noch sehr viel bitterer macht, ähm, wie so ihr Leben verläuft. Nur, das ist erst der Anfang des blanken Hohens. Und was auch so diese Folge, ist ja eigentlich nur dafür da, dass man von vorne bis hinten Sympathie entwickelt. Also, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen, okay, ich hoffe, dass sie ihre Rache bekommt. Und hoffentlich geht danach alles auf. Weil es ist ein bisschen, es ist ja, ich greife jetzt ein bisschen vorweg. Also, ich hatte kurz bei der Folge mal ein paar Probleme damit, weil gerne in Medien, ähm, wir immer Frauen sehen, damit sie stark sein können, muss denen was ganz Schlimmes passiert sein. Mhm. Ähm, wir sehen sie auch davor, nämlich, ähm, in der klassischen Überforderung von einem reichen Mädchen, die halt ja alles richtig macht und jetzt damit konfrontiert wird, dass sie irgendwie aussichtslos, äh, in der Situation kommt und super gebrochen werden muss, damit sie erst stark werden kann. Also, ein bisschen wie so bei diesen, äh, Revenge-Movies, ne, I spit on your grave oder was auch immer. Also, es ist letztendlich eine komplette Dekonstruktion der Menschlichkeit, damit sie dann als übergeordneter, neuer, stärkerer Mensch wieder da sein kann. Aber, wie gesagt, ich plaudere schon viel zu weg vorweg, das ist schon mal so ein bisschen der Mut, der mich so ein bisschen, äh, verwirrt hat, dass man das immer so machen muss, aber was halt sehr cool ist, wir sehen jetzt Arkham von innen, denn, äh, wir sehen, wie die Mutter von Sophia eines Tages einfach, ähm, also auch da vielleicht eine kleine Triggerwarnung, so von wegen Suizid vermeintlich, wir sehen halt eine Leiche, die hängt, ähm, während Sophia, glaube ich, mit ihrer, ihre Mutter einfach nur gesucht hat und sie da findet. Und ganz plötzlich taucht auch der Vater auf, tröstet sie und sagt, schau nicht hin, schau nicht hin. Und schon da sehen wir, dass Sophia kurz etwas bemerkt, dass an ihrem Vater etwas nicht stimmt. Und, ähm, sehen dann Sophia später auch, wie sie ihr Leben als erwachsene Frau dann weiterführt und sich einsetzt für die Rechte von Frauen und, äh, Opfer von, ähm, suizitalen Gedanken stark macht, wird aber dann konfrontiert von etwas, was du eben schon angesprochen hast, Anni, von einer Reporterin, der Goff im Gesetz, dass sie sich ja eigentlich ein bisschen mehr einsetzen könnte, weil ausgerechnet in den Firmen ihres Vaters mehrere Frauen auf dieselbe Art und Weise gestorben sind. Ich weiß nicht, Anni, weißt du noch die ganzen Namen, weil die hat nämlich Sophia sich ja alle gemerkt. Ne, die weiß ich nicht, aber ich wäre jetzt nicht überrascht und sie liegen ja schon hier, sind noch ungelesen, wenn das Namen sind, die zumindest vereinzelt auch in einer der Vorlagen hervorkamen, also konkret Long Halloween, Dark Victory und diesen Ergänzungsband mit Feiertagsgeschichten. Ich weiß es nicht so genau, das sind Namen, die ich mir nicht aufgeschrieben habe. Falls du die hast, Keiko, ergänzt die gerne. Ja, also ich habe die Namen der Opfer, habe ich jetzt nicht gegoogelt, aber als die Reporterin irgendwie gesagt hat, ihr Name ist Summer Gleeson, dachte ich, Moment, das hast du schon mal gehört. Ich musste allerdings auch selber nochmal nachgucken und tatsächlich das, was wir die ganze Zeit bemängelt haben, dass die Serie nicht genug Batman-Figuren benutzt, wird in dieser Folge endlich ein ganz, ganz kleines bisschen revidiert. Summer Gleeson stammt tatsächlich aus der Batman Animated Series. Da war sie die Fernsehmoderatorin oder auch Reporterin, die halt immer wieder aufgetaucht ist und war so der Vicky Vale-Ersatz für die Serie. Ich weiß nicht, warum sie Vicky Vale nicht benutzen durften und dafür dann Summer Gleeson erschaffen haben. Da wird es vielleicht irgendwelche Gründe für gegeben haben. Ja, aber auf jeden Fall, naja, der Name ist halt gleich, sie ist Reporterin, sie sieht nicht so aus wie ein Batman Animated. Aber ich habe mich trotzdem ein ganz kleines bisschen gefreut. Ja, ich fand es auch cool. Dass da was so endlich mal so, hey, wenigstens wird der Name benutzt. Und die Charaktere sind fast ähnlich. Aber ja. Im Gegensatz zu einer anderen Sache, die ich mir notiert habe, das fand ich nämlich ganz cool. Und zwar wurde eine, ich glaube, es war die Falcone Foundation, die wurde erwähnt. Also letztlich einer Wohltätigkeitsorganisation gestiftet und vor allem damit auch finanziert von der Falcone-Familie. Das ist also im Rahmen dieser Ansprache, die sie da macht bei diesen Dingen für letztlich Frauen, die unter Gewalt sind, glaube ich, hattest du gemeint, Maurice Leiden, dass da scheinbar eine Art von Foundation besteht und die Falcone Foundation überhaupt existiert. Was ja recht typisch ist auch für Mafia. Insbesondere auch sich ein bisschen mit der Story deckt, die der Pinguin erzählt von irgendeinem Typen, der in seiner Jugend eine Rolle gespielt hat. Dass ja Mafia oftmals auch immer so, naja, im gewissen Rahmen zumindest, teilsoziale Aspekte auch hat. Dass gerade in den lokalen Communities ganz oft irgendwelche Dinge halt eben refinanziert werden mit dem Geld, das man mit illegalen Geschäften macht. Und sei es eben auch mal nur Jugendclubs oder Sportvereine oder so. Natürlich haben die dann da auch noch genug ihre Finger drin und auch da passiert noch genug Mist. Aber hier in diesem konkreten Fall ist das auch wieder einfach, ja, eben so ein soziales Engagement der Falcone-Familie. Das ist mir aufgefallen und das fand ich mal als positiv bemerkenswert, weil es eben ganz gut passt in diesen, ja, Mafia-Kosmos mit allem, was man da so eben weiß. Wollte ich noch unbedingt ergänzt haben. Ja, und apropos, äh, apropos Pinguin hier und Ossi, ähm, er taucht ja auch wieder auf. Wie gefällt euch denn sein neues Haarteil? Also, äh, er hat ja jetzt ein bisschen mehr Haare in diesem Rückblick. Ähm, ich muss sagen, es sah für mich sofort Faker aus. Also so wie, das war nicht Teil des ursprünglichen Designs. Ihr habt da halt jetzt irgendwie noch ein bisschen dichteres Haar obendrauf gepackt. Äh, und außerdem fehlen seine Goldzähne. Ja, also er ist noch weniger, ähm, gezeichnet vom Leben. Ne, also man sieht ihn, äh, anscheinend, also er sieht alles andere aus wie ein junger, ähm, dynamischer, unbeschadeter Typ. Genau, also er könnte nicht, er würde nicht bei Christian Lindner mitlaufen, äh, im, im Pilates-Kurs oder so. Da läuft man nicht, egal. Aber, ähm, er sieht auf jeden Fall nicht ganz so abgefuckt aus, kann man einfach so sagen. Und er ist auch, äh, von seiner ganzen, von seinem ganzen Mannerism her, merkt man ihm die Schoßhündigkeit, nenne ich es jetzt mal ganz gemein, äh, noch ein bisschen mehr an. Dass er halt wirklich weiß, wo sein Platz ist. Und dass man aber auch in seinen Blicken, äh, und er hört auch überall, ne, ordentlich zu. Er kriegt immer so mit und fragt auch immer nach, ist alles okay, ne? Also er ist so ein bisschen wie ein guter Freund, aber auch eigentlich, und das wissen wir ja dann im Nachhinein, einfach wie jemand, der nur auf den richtigen Moment wartet, ein bisschen zu interessiert und ein bisschen zu arschküsserig unterwegs. Und, äh, genau das ist ja auch etwas, was passiert, weil diese Reporterin, ähm, poked ja so ein bisschen darin rum, dass ja, ähm, Frauen gestorben sind, auf dieselbe Art und Weise wie ihre Mutter von Sophia. Und dass die alle, ähm, ja, eine Gemeinsamkeit haben. Das kommt ja so ein bisschen raus. Und zwar, dass halt das GCPD einfach gesagt hat, ja, das ist halt Suizid. Aber als sie dann ein bisschen mehr nachgeforscht hat und sich die Fotos aus den Leichenkammern oder so besorgt hat, äh, dass die halt alle mehrere Anzeichen von Struggeln hatten. Sei es halt eben, ne, Fingernägel, ähm, die Spuren von DNA drunter hatten oder Würge, äh, äh, Flecken und alles Mögliche. Was dann halt ein Flashback bei Sophia triggert zu ihrer Kindheit, dass als sie ihre Mutter da hängen sieht, auch sieht, dass ihre Finger, äh, Nägel gerissen sind. Und blutig, glaube ich, sogar sind. Das passt ja voll zur Theorie auch mit dem Hangman, dass sie das halt einfach gar nicht ist, ne, sondern letztlich wer anders. Und wer es ist, da kriegen wir zumindest relativ Red Herrings hingegangen. Also ziemliche Andeutung dahin, wer es sein sollte, könnte gewesen sein, muss und so. Aber dass sie es nicht ist, dürfte doch jetzt relativ klar sein, ne? Ja, also, ich glaube, das ist jetzt sehr klar. Ja, absolut. Ja. Aber übrigens, hier ist noch ein guter Punkt, weil die Reporterin, ähm, erzählt ihr ja, also Summer Gleason erzählt ihr ja, äh, äh, dass da irgendwie, dass die alle, die Opfer hätten alle in der Iceberg Lounge gearbeitet oder in diesem 44 Below Club, unterm Club, wo eben, ähm, die etwas illegaleren Geschäfte, äh, abgehen. Ähm, wie gefällt euch das denn? Weil ich muss sagen, als sie, äh, die Iceberg Lounge, äh, genannt hat, dachte ich erst mal so, ha, finde ich nicht so gut. Weil in meinem Headcanon war das vorher so, dass der Pinguin diesen Club selber so nennt. Es macht irgendwie wenig Sinn, wenn du schon einen Club hast, der Iceberg Lounge heißt und der gehört noch nicht dem, einem Typen namens Pinguin. Es gibt zufällig einen Kerl, den alle Pinguin nennen, aber der ist nicht der Besitzer von dem Club. Wisst ihr, was ich meine? Also es war ein bisschen lazy. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja, ich hätte nämlich auch gesagt, so, also das, ja, eben, also warum muss das denn die Iceberg Lounge sein? Nur damit wir, ah, ich kenne die, ich habe das schon vorgehört, sondern man hätte ja auch irgendeinen anderen Club nennen können und, äh, dann hätte man das einfach umgehen können, weil diese Dissonanz so, es ist eigentlich halt immer alles mit Pinguin in Verbindung gebracht worden und, äh, ja, ich stimme dir da voll zu. Aber was bei mir jetzt so der neue, ähm, Verdacht ist, aufgrund der Tatsache, dass er ja so ein bisschen flatterhaft ist, also ihr Bruder ist ja die ganze Zeit busy, der kriegt immer Nachrichten aufs Handy, der säuft sich ein, hört seinem Vater nicht zu, hat für nichts Zeit. Ähm, gleichzeitig ist aber ja der Bruder derjenige, der sich ja die Probleme von Sophia ja dann doch anhört, wenn da mal was ist und wir wissen ja auch, er war der Einzige, der sie in Arkham besucht hat. Was ist, wenn der Vater die ganze Zeit versucht hat, die Missgeschicke seines Sohnes zu decken und letztendlich sie herausfindet, also sorry, dass ich jetzt schon mit so einer Theorie ankomme, aber ich hab das Gefühl, dass der Bruder schuld daran ist, dass Frauen sterben. Nun mal so. Aber, äh, das werfe ich nun mal mit rein, als neuer Hauptverdächtiger. Nicht für den, er ist nicht der Hangman, aber er ist wahrscheinlich auf Partydrogen sexuell übergriffig und dann werden diese Leute aus dem Weg geräumt und das würde natürlich die Frustration ihres, also dass Sophia keinen Menschen trauen kann, perfekt machen. Aber vielleicht da ein bisschen später zu. Das geht ein bisschen einher mit einer Frage, die ich mir hier aufgeschrieben hab, denn in diesem Gespräch mit ihrem Vater, der Herr Bruder ist dann weg, verspricht sie ihm ja quasi hier kein Ding, ich kümmere mich um meinen Bruder. Und ich frage mich, ob die das überhaupt könnte, ob die in der Lage wäre und den Eindruck hab ich nach den, auch zwei, drei Dialogen, die sie mit ihrem Bruder noch hat, später in der Folge, hab ich nämlich nicht, dass sie überhaupt in der Lage wäre, den ein bisschen zur Ressentiments zu bringen und da so ein bisschen, ja die Familiengeschäfte zum Beispiel in die Hand zu nehmen. Traut ihr das zu zu dem Zeitpunkt schon? Also ich glaube, sie ist vor allem clever, das ist das, was ihr Vater sagt, sie ist halt nicht so ein Fuck-up wie ihr Bruder, dementsprechend, wenn du die beiden als Auswahl hast, nimmst du wahrscheinlich eher die gute Tochter, die sich bisher nichts hat zu Schulden kommen lassen. Aber ich glaube, ja, dieser Sophia fehlt in dem Moment noch so die, das Eiskalte, das, was du eigentlich brauchst und auch das komplett Gewissenlose. Es ist nicht ganz klar, wie viel sie so über die, über die ekligen, blutigen und Details der Geschäfte ihres Vaters wirklich weiß. Also sie weiß, dass er ein Mafia-Boss ist, das ist glaube ich klar, aber die beiden Geschwister reden sich ja trotzdem noch ein, dass er ein guter Mann ist. Also er ist viel Verdrängung und viel Wunschdenken dabei. Gerade Good Life, sowas sagt er, genau. Ja, ja, genau. Und auch so, er sagt ja, he's a good man und sowas, I know he's a good man. Und da musst du ja schon ein gewisses Maß an Verdrängung oder Naivität mitbringen. Und ich glaube, sie hat dir zum Beispiel auch noch niemanden umgebracht. Das ist, das passiert dann ja später. Und sollte Moris Theorie dann stimmen, würde das ja noch mehr dann untermauern, dass sie da auf jeden Fall gar nicht zu geeignet gewesen wäre. Zu dem Zeitpunkt ist der Vater an den Machenschaften seines Sohnes, falls die Theorie stimmen sollte, ja offensichtlich dann näher dran, als die Schwester, die noch zu dem Zeitpunkt scheinbar das Gefühl hat, als wäre sie ganz dicke mit ihrem Bruder. Emotional mag das sein, aber was das tatsächliche Alltägliche angeht, ist sie wahrscheinlich weit weg von ihm. Also wäre schon witzig. Ich habe das Gefühl, wir erfahren nicht mehr darüber, über diese ganze Hangman-Sache. Ich glaube, das war alles, was wir darüber erfahren werden in der Serie. Bin mal gespannt. Aber wir wissen ja auf jeden Fall auch schon aus The Batman, aus dem Kinofilm, dass Carmine Falcone ein Frauenmörder ist. Das ist ja, er hat doch auch Selina Kalt's Mutter umgebracht, oder? Oder ihre... Ja, ich glaube schon. Das ist ja auch so, dass er ihr Vater ist. Die eine Freundin ist doch da gekidnappt worden, oder? Ja, aber er ist auch der Vater von Selina. Er ist auch der Vater. Stimmt, du hast recht, du hast recht. Das heißt, Selina ist ja auch die Vater von Selina, das habe ich alles vergessen. Das habt ihr alles verdrängt, aber das war der große Reveal, genau. Und er hat die Mutter umgebracht und so. Und dann hat er seine Tochter in seinem Club als... Sie stellt den auch irgendwann und er geht überhaupt nicht drauf ein und ignoriert sie oder wird, glaube ich, sogar aggressiv oder sowas. Ja, aber es wird schon ganz klar gesagt, dass er ihr Vater ist. Also es ist ja auch in den Comics so, ne, also es gab ja zumindest, es gibt ja bei dem Nachfolgewerk von Year One dieses When in Rome, ich glaube, da geht es genau darum, dass Selina gemeinsam mit Hitler so ein bisschen Stammbaumforschung betreibt, wo es sehr weirde Interaktionen zwischen Hitler und Selina gibt. Aber ich glaube, da wurde das immer so ein bisschen offengelassen, ob er das ist quasi, dieses typische, wenn du nicht weißt, wer dein Vater ist, ist es überhaupt wichtig und so. Und dann gab es bei New 52, haben sie es dann nochmal komplett geändert, da ist sie, glaube ich, von einem anderen, aber auch wieder Crime-Boss. Und das ist immer so ein bisschen schade. Ich finde nämlich eigentlich, Selina funktioniert für mich immer am besten, wenn sie halt einfach niemand Besonderes ist. Wisst ihr, was ich meine? Das Mädchen von der Straße, ja, ja, absolut. Ja, ja. Also es ist dann immer so, ah, okay, jetzt ist das nochmal. Dramatisch. Ja, das mag ich auch nicht. Die Welt wird so klein, wenn dann rauskommt, irgendwie Jahre später, der ist auch noch mit der verwandt und sowas. Diese Welt wird immer, immer kleiner, je dichter diese Geflechte werden. Und ja, ich bin da auch kein Riesenfan von. Also in so einem Film wie The Batman hat es mich jetzt nicht gestört. Und hier finde ich es wiederum lustig, dass wir im Endeffekt ihre Halbschwester und ihren Halbbruder kennengelernt haben. True. Auch wenn die niemals dort auftauchen wird. Sie ist ja jetzt im Blackhead. Ja, wer weiß. Also in den Comics gibt es ja auch so diesen, immer wenn Autoren nicht wissen, wie man Selina weitererzählen soll, werden ja alle 15 Jahre wieder, wird sie dann der neue Crime Overlord von Gotham. Bis es dann wieder auf Status Quo resettet wird. Und dann 15 Jahre später, ich weiß nicht, das war ja irgendwie, während New 52 war das einmal so. Und dann hat jetzt vor kurzem, ich glaube vor zwei Jahren oder so, gab es dann Gotham War, wo dann Batman gegen Selina kämpfen muss, was dann alles ein bisschen weird war, weil die ja eigentlich heiraten wollten. Egal. Aber Comics halt. Ja, wer weiß, vielleicht ist das ja ein Plotpoint im Batman 2, dass Pinguin jetzt an der Spitze ist, je nachdem, wie die Serie hier weitergeht. Und Selina aber ihm da ein Beidchen stellen möchte. Aber ja. Apropos Pinguin, da will ich kurz noch eine Theorie kurz abhaken, dann haben wir das gemacht. Ich habe ja auch schon, wir hatten uns ja kurz Gedanken gemacht, wie die Origin von Pinguin hier aussieht. Und wir hatten offensichtlich schon festgestellt, dass die Benennung des Clubs nichts mit seinen Spitznamen zu tun hat. Und wir haben auch schon festgestellt, dass er hier die Goldszene noch nicht hat in diesen Rückblicken, aber dafür ein deutlich farbigeres Haar. Das heißt also, was ich mal auch ins Raum gestellt hatte, dass er eigentlich immer der Typ war, der halt gemobbt wurde und dann mit einem physischen Zusammenhang, ich hatte als Beispiel mal eine Axt genannt, dass er eine Axt ins Gesicht bekommt, was auch die Narbe erklären würde und an derselben Stelle auch die Goldzähne. Auch das ist jetzt quasi schon ad acta gelegt, weil die Narbe ist da, aber die Goldzähne noch nicht. Das können auch unterschiedliche, zumindest dann Vorfälle gewesen, sind unterschiedliche Vorfälle gewesen. Daran also auch ein großer Haken an dieser Stelle. Ja. Hat sich einfach nicht die Zähne geputzt in den zehn Jahren. Einfach, genau. Billiger an der Gold reinzumachen. Schön. Aber er hat ja schon, es gibt ja dann dieses Treffen mit dieser Journalistin, wo die ihr nochmal Fotos zeigt und Zusammenhänge versucht zu erläutern, warum auch immer es dieses Treffen gab. Ich verstehe nicht, welchen Mehrwert, die sich da jetzt effektiv von erhofft hat. Ob da noch was Neues bei rumkommt. Letztlich ist es dann aber auch wieder der Cop, der ihr sagt, hier, also die sind einfach schon relativ eng. Also er hat zumindest theoretisch die Möglichkeit, ihr ins Gewissen zu reden. Natürlich muss sie selbst immer noch entscheiden, ob sie das zulässt oder nicht und im Zweifel dann eben einfach auch abwirkt. Ja, so ist das. Dann sind wir auf einer Partysituation. Die ganze Familie ist zusammen, die ganze Familie Falcone ist da. Cop hat einen schicken, grauen Anzug an. Das sah tatsächlich ganz gut aus, finde ich. Überhaupt, auch Sophia sieht ganz gut aus in ihrem Kleid. Das gefällt mir. Ja, ich muss auch sagen, ich finde es relativ glaubhaft, wie sie die junge, unbeschwerte Sophia spielt. Ich fand, das war ganz gut, oder? Also klar, die sehen alle nicht zehn Jahre jünger aus, aber ich finde, allein durchs Acting hat man schon gemerkt, dass da ein Unterschied war. Ich fand grundsätzlich, dass die, also die Schauspielerin von Sophia, ich muss den Namen jetzt gerade nochmal schnell hier parallel Google, bekannt aus How I Met Your Mother und Christine Melotti, das halt, ja, wie du gerade schon recht meintest, also wir erfahren, das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, die Rückblende spielt zehn Jahre in der Vergangenheit. Keiner sieht so wirklich viel jünger aus, muss man einfach so sagen, außer eben Pinguin, da war es halt leicht, einfach Haare obendrauf klatschen und das Gesicht nicht ganz so dramatisch machen, aber sie machen das super viel durchs Acting und bei ihr ist es halt eben, dass sie so, in der Gegenwart ist sie absolut abgefuckt, hat ihre Tics und da ist sie halt einfach ein glücklicher Mensch und man sieht ja auch ihre Interaktion mit ihrer Cousine, ist das ja glaube ich, total unbeschwert, wo wir ja davor schon mal eine Interaktion hatten, wo sie super creepy zu ihrer, ich weiß gar nicht, wie man das dann nennt, wenn die Cousine ein Kind kriegt, ja, die ist unbeschwert zu dem Kind von der Cousine. Ja, keine Ahnung, alles irgendwie weird. Naja, aber, es ist ja auch so, warum hat denn der Pinguin auf einmal so schicke Klamotten an, ich weiß nicht, ob er sich da schon plötzlich die leisten konnte, einfach so, oder war das die Belohnung dafür, denn er ist nämlich eine kleine Snitch, er ist ja nur seiner Pflicht nachgekommen und hat dem Papa gepetzt, dass seine Tochter mit der Presse geredet hat. Sie selber sagt auch in der ersten Konfrontation mit der Reporterin, nein, ich rede nicht mit der Presse, macht sie ja dann doch, weil sie nochmal so kurz diesen Flashback hatte und irgendwie sich, also man merkt ja auch, sie lässt an ihren Vater nichts ran, also letztendlich sprechen alle Erinnerungen, alle Beweise, die die Reporterinnen zeigen darauf hin, dass ihre Mutter von ihrem Vater ermordet wurde, aber sie hält zu ihrem Vater, also ihre Loyalität ist ungebrochen. Der Vater wiederum empfindet dieses eine Vergehen als so großes Verbrechen, dass er halt Sophia von der Party wegschickt, doch man merkt da schon, dass es nicht das Einzige ist, was er vorhat und plötzlich werden Oz und Sophia von der Polizei abgefangen und sie wird einfach verhaftet und wegen, weil sie angeblich die Mörderin von der Reporterin ist, die sie eben noch getroffen hat oder vor einem Tag. Ja, ja, und von all den anderen Frauen, sie hängen ihr einfach alles an, all die Morde und anscheinend ging das zu dem Zeitpunkt in Gotham noch ganz gut. Ja gut, wir haben ja in der Backend auch gesehen. Hexe! Zack, weißt du, ey. Ja, ja, klar, alle sind irgendwie auf der Payroll von Falcone und Falcone und alle sind mega korrupt, das ganze Gotham GPTD, GPD, die? Ja, hängt noch ein paar Buchstaben dran. GCPD, genau, danke. Ist ja irgendwie auch so halb gekauft von Falcone und dementsprechend gibt es da einfach auch überhaupt keine Chance für sie. Es gibt so eine Szene, wo ihre Anwältin und der Bruder mit ihr dann darüber sprechen, dass sie jetzt eigentlich direkt nach Arkham eingewiesen wird. Sie muss da bloß ein paar Monate Sechs Monate sind sie halt absolut. Ja, ja, sechs Monate bis zur Verhandlung und im Endeffekt haben aber alle aus der Familie die ganzen, ja, Unterbosse und Familienmitglieder haben alle bescheinigt, dass sie ja irgendwie kleine Tiere quält und generell auffällig ist und irgendwie mit Depressionen zu kämpfen hat und ja, dann geht's direkt ab nach Arkham und sie hat auch nicht mal irgendwie ein bisschen Zeit, sich mit dem Gedanken anzufreunden, sondern wird direkt dorthin verfrachtet und entmenschlicht. Das fand ich schon relativ brutal, diese Absolut. diese Einweisung, Zwangseinweisung. Und wie seht ihr das mit Arkham? Weil Arkham ist ja am Ende eh so Segen und Fluch zugleich für das Batman-Universum, weil eigentlich unter heutigen Gesichtspunkten ist ja Arkham immer ein bisschen schwierig so, weil wer würde da ernsthaft, also wenn Batman ist ein sehr intelligenter Mensch, würde ich jetzt mal sagen und wenn da schlimme Experimente an Menschen gemacht werden oder da die Psychotherapie absolut grenzwertig ist, macht das ja nie Sinn, dass Batman die Leute da hinbringt. Da kann er die auch wirklich direkt Snyder-mäßig irgendwie einfach ausschalten für immer, weil es wahrscheinlich die menschlichere Option und es ist halt auch immer, Arkham wird ganz gerne in vielen Medien als ein absoluter Horrorort behandelt, wo Abuse nicht hinterschwellig funktioniert. So viele Autoren kriegen es ja in den Comics dann hin, dass Arkham eigentlich im Grunde eine Heilanstalt ist, die aber unter einem, ich sag jetzt mal spirituell, unter einem Fluch steht, weil halt auch im DC-Universum zumindest in den Comics Leilinien unter Arkham langlaufen, die ja dafür sorgen, dass da Wahnsinn noch mehr gedeiht und die Familie der Arkhams ist ja selber alle psychisch krank, was sich ja dann irgendwie später herausstellt. Martha Wayne ist ja auch eine gebürtige Arkham, ne? Das ist zumindest in Earth One haben die das etabliert unter Geoff Jones. Hier auch, ne? Ist das nicht auch so? Das kann sein, dass es im Film auch so war, ja. Ja, übrigens auch keine Sache, die ich mag. Ja, es würde aber halt das Einzige, was es halt erklärt, ist es ja, dass halt Bruce auch ein bisschen Wahnsinn in sich trägt. Aber ja. Ja, das ist, also, dass sie, dass irgendwie Martha Wayne noch eine Arkham ist, das ist genau das, was wir vorhin gemeint haben, das ist, es macht die Welt so unfassbar klein. Jeder ist mit jedem verwandt. Siehst du aber auch mal eine Kane, oder? Ist sie nicht auch eine Kane in anderen Interpretationen? Ja, genau. Eigentlich ist sie eine Kane. Ach so, okay. Aber Maurice, was du eben angesprochen hast mit Arkham, ist es mir exakt so, auch nochmal durch den Kopf gegangen, während ich die Folge geguckt habe, dachte ich, ja, diese Version von Arkham, in der, in der Missbrauch und, 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 und im Endeffekt psychische Folter so an der Tagesordnung steht, die eigentlich so eine, so ein Horror-Kabinett der ganzen Vorurteile ist, die man so jahrhundertelang oder, oder eben mindestens jahrzehntelang so vor so psychischen Heilandstatten hatte und all die schlechten, genau, all das Schlechte, was man sich so vorstellt darunter, ist in diesem Arkham drin und genau diese Art von Arkham funktioniert für mich überhaupt nicht in einem Batman-Universum parallel zu Batman, weil, das ist ja eigentlich das absolute, der absolute Fail, wenn, wenn, wenn Batman es nicht hinkriegt, Arkham zumindest sauber zu halten, braucht er gar nicht erst anfangen, irgendwie auf der Straße Kriminelle zu verprügeln. Das ist ja, das ist wirklich, es macht überhaupt keinen Sinn, dass diese beiden Sachen parallel so funktionieren. Also die einzige, ja. Ich wollte nur sagen, ich finde, das ist immer okay, wenn innerhalb des System Arkhams Sachen schief laufen. Also wenn, so wie so ein Dr. Hugo Strange, der aufgrund seiner Zeit in Arkham und mit den Leuten, mit denen er zu tun hat, das finde ich, ist halt immer der richtige Weg, dass man sagt, die Personen, die nach Arkham eingewiesen werden, verbreiten den Wahnsinn auf die Leute, die eigentlich die heilen sollen, finde ich immer besser, als wenn man sagt, da drin ist es eh voll schlimm und da werden die Leute so gebrochen, dass die noch böser werden, weil dann, weil ganz, alles an Batman, wenn man jetzt nicht die allererste Interpretation von Batman sich anguckt aus 1939 oder so, sondern jetzt die, ich sag mal, das war so die Core-Essence des Characters in den letzten 80 Jahren geworden ist, geht es ja ganz viel um den Glauben daran, dass Menschen besser werden können, dass man Trauma überwinden kann und dass man heilen kann. Deswegen schadet Batman junge Menschen um sich herum mit Traumata, weil er denen ein besseres Leben geben will oder halt die Möglichkeit, das Trauma zu überwältigen und auch ein bisschen die Hoffnung, glaube ich, sich selber zu heilen, weil er keine Familie hatte und all sowas. Und es war dann schon ein bisschen so, ah, okay, wir haben es jetzt wieder mit dem Arkham zu tun, wo einfach die Guards einfach Leute in Kämpfen gegeneinander antreten lassen zum Beispiel. Aber wir sind da schon auch wieder sehr im Detail, weil erstmal kommt es ja an. Und natürlich, man muss auch sagen, dass es natürlich auch vor Batman spielt. Das sind ja zehn Jahre vorher und ich glaube, in The Batman ist es erst sein Year Two, in dem wir ihn kennenlernen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt ist Bruce noch gar nicht Batman. Aber was wäre denn, wenn Batman einfach nur die Straßen Gotham City sauber halten will und er will nicht töten und dann will er die Leute halt in irgendeiner Form weggesperrt sehen und die einzigen Optionen, die er für diese Schwerstkriminellen sieht, ist Arkham und ist Blackgate und dann hat er halt nicht viele andere Optionen. Voraus geht es, er will seine Betthülle nicht noch ein bisschen ausbauen und dann nimmt er halt in Zweifel in Kauf, dass da halt eben wirklich eine Ansammlung von Menschen ist, die da vielleicht auch eingehen. Hauptsache, er muss sie nicht töten. Was wäre denn, was wäre denn, wenn das sein Gedankengang wäre? Na ja, dann hätten wir wieder es mit dem Frank Miller Batman zu tun oder mit dem Scott Snyder Batman, der den Joker in der Betthöhle gefangen hält. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt damals. Ja, nee, das Gesicht, du dem Gesicht hast, ne? Ja, ja, genau. Also nachdem der Joker da diesen großen Angriff auf Gotham hatte und danach verschwindet halt der Joker für einige Zeit, bis dann in den Comics dieses Metal-Crossover kam, weil da stellte ich mich raus, wo ist denn eigentlich der Joker? Der ist schon so lange weg und dann stellte ich heraus, Batman hat den einfach in der Höhle gefangen gehalten. Okay, auch gut. Sophia kommt in den Knast und die wird auf eine Art und Weise geduscht und untersucht und ich sie echt nicht beneide. Mann, oh Mann, allein schon dieses kalte Abstrahlen, das kenne ich nur so aus Guantanamo-Geschichten. Ja, das übelte mich auch. Oder halt im Knast, ne? Das ist, so wie sieht man das immer auch in irgendwelchen amerikanischen Serien von Leuten, die halt irgendwie in den Knast müssen. Da wirst du einfach einmal komplett geschrubbt und abgespritzt und geguckt, ob du keine Fäulnis mit reinbringst und das war's dann. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, ob das nah an der Realität sogar dran ist. Ich hoffe einfach, dass es ein bisschen freundlicher zugeht in der echten Welt, aber wahrscheinlich auch nicht überall. Ja, und dann wird sie auch einfach nur in diese Zelle geworfen und man hört ja dann auch diese Geräuschskulisse, ne? Also erstmal wird sie da so ganz klischeemäßig durchgeführt, wie man das ja kennt. Immer wenn so Frischfleisch in den Knast kommt, das ist ja da eigentlich dasselbe so. Alle starren sie so an oder zumindest eine Person ganz besonders. Und dann, kaum ist sie in ihrer Zelle alleine, ist sie ja auch schon gar nicht mehr so lange alleine, weil eine kleine Schraube neben sie fällt und es ist halt ein kleines Loch entstanden. Und ich hatte kurz, ich weiß nicht, wie es euch ging. Na klar. Als ich die Stimme und Intonation hatte, war ich so, okay. Ja. Jetzt schon? Ja, genau. Und es war so, okay, ist der Joker auch schon drin? Wann spielt das alles? Ja, und dann denken wir halt natürlich, oh, es ist Harley, aber nein, es ist, und jetzt kommt der zweite große Name-Drop in der Folge, es ist Magpie, die Harley Quinn Zerro ist, ohne Zucker. Ich habe halt echt gedacht so, okay, sie benutzt jetzt diesen Namen Magpie, aber der ganze Charakter hat nichts mit Magpie zu tun. Ich kenne Magpie gar nicht, könnt ihr mir die kurzen Comics mal vorstellen, was macht die eigentlich, was ist so dein Ding? Also, sie ist eine von denen, ich glaube, als Batman und Superman das erste Mal zusammengekämpft haben in den neueren Interpretationen von John Byrne, Byrne, Byrne? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Byrne in den World Finest Comics. Sie ist eigentlich sogar, glaube ich, ein Superman-Villen, weil sie nämlich aus Metropolis kommt und hat auch eine super abgefahrene Frisur, die man, glaube ich, nur in den 60ern oder 70ern sich hätte ausdenken können für eine super Schurkin, also wie so ein, sie trägt wie so ein Dreieck auf dem Kopf und sie ist eine, ich glaube, sie war Museumswerterin, die durchgedreht ist, weil sie all die Sachen, die sie ja da sieht, niemals besitzen kann und das ist dann so ihre Motivation, böse zu werden. Sie war dann auch, ich weiß gar nicht, ob sie auch in der Suicide Squad war, aber ich glaube, also was ich nur weiß, dass sie halt in dem Crossover-Event Blackest Night taucht sie auf jeden Fall als ein Black Lantern auf und das da halt auch super brutal und creepy sieht sie aus und seit DC Rebirth und New 52 ist sie eine völlig etablierte Batman-Schurkin und kann Maschelharz. Aber halt totale ja so D-Riege, also Magpie ist glaube ich niemandes Lieblings Batman-Villain. Es ist halt einfach noch so noch so eine Diebin, aber es ist nicht Catwoman und die hat halt irgendwie ein Vogelthema und ich glaube, sie kann auch irgendwie so ihre Fingernägel zu langen Krallen machen oder sowas, aber im Endeffekt ist sie halt eigentlich so eine Diebin mit jetzt nicht näher spezifizierten Powers. Ich habe sie tatsächlich zum allerersten Mal in dieser sehr kurzlebigen CGI-Serie Beware the Batman gesehen. Da hatte sie ein ganz cooles Design. Da ist sie mir zum ersten Mal aufgefallen. Und danach habe ich sie glaube ich auch in Gotham oder sowas sie auch mal aufgetaucht. Ja, sie haben sie auf jeden Fall wesentlich cooler gemacht, muss man sagen. Also wenn man sich das, ihr könnt das gerne mal googeln, google Magpie DC. Das sieht aus wie Ladybug, Alter, das ist ja überhaupt nicht mein Ding. Ja, also Miraculous lässt grüßen, noch bevor Miraculous rauskam. Und sie sieht ein bisschen aus, es gibt auch ein Pokémon, was so ähnlich aussieht. Wow. Aber müssen wir gar nicht so viel drüber reden. Weil es ist ja nicht. Hat ja eh nichts damit zu tun, außer den Armen. Ich hatte halt wenigstens irgendwie mal erwartet, dass sie mal in irgendeinem Nebensatz irgendwas Magpie-artiges, dass sie irgendwie, ja und dann gehen wir zusammen auf Raubzüge oder ich habe irgendwas Schönes gesehen, dass wir uns holen. Irgendwas. Gib mir ein kleines bisschen was von der Figur. Aber sie ist halt einfach nur so eine richtig generische Crazy Person, wie man sie halt auch aus ja 80er Jahre Filme oder sowas kennt und will sich aber mit Sophia anfreunden. Ja, das tut sie. Sie sind dann auch in dem ersten Treffen Drogen, hat plötzlich rote Zähne. Da wissen wir schon, was es dieses Bliss ist, das wir in der letzten Folge kennengelernt haben und dass sie mit der Einnahme von dem Zeug plötzlich in einer ganz anderen Welt ist. Das hatte Sophia ja auch schon erzählt, dass die Leute in Arkham mit dem Zeug halt gedruggt werden, damit sie, nun ja, weniger Probleme machen und zumindest Magpie macht in dem Moment, wo sie das drin hat, nicht mehr so viel Schlimmes. Nee, aber leider hat Sophia aber noch eine andere Freundin gefunden, die nämlich schon Googly Eyes zugeworfen hat und die ist aus irgendeinem Grund nicht angekettet im Vergleich zu allen anderen Insassen. Die tragen nämlich dann auch noch alle so eine Hals-Kombo, die man ja auch beim Riddler gesehen hat, als Batman ihn damals besucht im Film. Eigentlich dasselbe Outfit, also Kette und Füße sind mit dem Hals verbunden, sodass du keinen Quatsch machen kannst und sie ist aus irgendeinem Grund nicht angekettet und das sorgt auch direkt dafür, dass sie ist auch voll informiert, dass halt angeblich Sophia ja die ganzen Frauen getötet hat und Sophia schreit noch um Hilfe und sagt so, hallo, hallo, kann hier irgendjemand was machen? Die ist nicht angekettet. Aber die Wachen ignorieren sie ja alle richtig heftig. Also es ist nicht irgendwie, dass sie sich das nur einbildet, sondern sie wird ganz bewusst ignoriert und wird dann auch ordentlich auseinandergenommen. Aber da kommen wir doch mal gleich auf den zentralen Punkt. Also ist Sophia ein verlässlicher Erzähler oder wie das heißt? Ist sie das? Weil das muss man sich schon fragen. Es ist nicht ganz klar, okay, ist sie wirklich als guter Mensch nach Arkham gekommen und als böse heraus? Hat die Anstalt sie verändert? Oder sehen wir das letztlich alles nur aus ihrer Perspektive heraus? Ist sie vielleicht schon zu irgendeinem Zeitpunkt ja auch unter Drogen gesetzt worden und nimmt deswegen die Welt nur sehr verzerrt war? Die Flashbacks, die sie teilweise auch hat, wie sich ihre Zelle noch verändert, nämlich in Richtung des Ortes, in dem sie ihre aufgehängte Mutter findet, ist ja auch irgendwie, das ist ja auch so ein Ding in ihrem Kopf. Also ich frage vielleicht auch mal den Heiko als Texter hier und als Autor. Ist sie ein verlässlicher Erzähler? Können wir uns auf das verlassen, was wir hier sehen? Das ist eine gute Frage, weil bis eben, bis du nochmal diese Zelle mit der Tapete erwähnt hast, hätte ich natürlich gesagt, ja, also ist sie schon, weil sie ist, wir sehen nicht, dass sie irgendwie gedruggt wird und ansonsten gibt's ja, also wir haben ja gesehen, dass sie auf jeden Fall direkt nach Arkham verschifft wurde, dass die Polizei geschmiert ist, dass eigentlich die Richter geschmiert ist und da ist es jetzt auch nicht so verrückt zu glauben, dass Falcone, Carmine auch die gesamte Arkham-Personal geschmiert hat und dann eben dafür gesorgt hat, dass da auch noch vielleicht irgendwie seine Tochter umgebracht werden sollte oder irgendwie verprügelt werden sollte. Das finde ich bei so einer Figur wie Carmine total glaubwürdig, dass der halt, ja, alle schmieren kann. Gotham ist komplett korrupt. Aber eben der Punkt, den du genannt hast mit der Tapete, da hab ich mich halt auch gefragt, führt das nochmal irgendwo hin? Ja, sie hat dann irgendwie den, sie hat dann so ein bisschen diese Vorstellung, dass sie da wieder irgendwie im Zimmer der toten Mutter ist. Natürlich sehen wir, dass sie auch direkt nach diesem Angriff mit Elektroschock-Therapie ja, gefoltert wird, würde ich sagen. Und tatsächlich die Frage, die sie für mich gestellt hat, was ich nicht so richtig nachvollziehen konnte und ich würde mich interessieren, wie ihr es gesehen habt, ihr Therapeut, den wir ja schon aus einer Folge, aus der vorherigen Folge kennen, sein Name entgleitet mir gerade, der junge Therapeut, nicht der Oberarzt. Der geile Therapeut. Der geile, der sexy, sexy Doktor. Mac Dreamy von Penguin. Genau. Der ergibt sich ja die ganze Zeit so irgendwie sehr, ja, er ergibt sich sehr, sehr, irgendwie freundschaftlich, nicht freundschaftlich, aber irgendwie so offen und er will ihr nur helfen, aber er hinterfragt ja sofort, ob sie sich das alles nur einbildet, ob sie irgendwie paranoid ist und ich war mir die ganze Zeit nicht sicher, ist der jetzt, weiß er, was da gerade passiert? Also ist der so blind, dass der nicht merkt, dass anscheinend das gesamte Wachpersonal und sein Vorgesetzter total geschmiert sind oder schaut er weg oder was ist genau sein Deal? Also er kündigt ja, ne, also das, das, das wäre heraus, dass er, genau, dass er sie zurücklässt, sagt sie ja einmal so ein bisschen. Er war ja der einzige Nette noch verhältnismäßig, aber er hat ja dann irgendwann das nicht mehr ausgehalten, weil was wir einfach sehen ist, dass, äh, ja auch, also zu, zu eurer Frage, ob sie eine verlässliche Erzählerin ist, ich glaube halt, dass die Serie, also es wäre ein interessanter Twist so ganz am Ende, aber dieser psychische Verfall setzt er bei ihr erst durch die Elektroschocks ein, also sie wird ja geisteskrank gemacht, indem sie halt nicht schlafen kann, indem sie halt sich nie sicher sein kann, was als nächstes passiert, weil kaum ist sie vermöbelt worden, kriegt sie auch schon Elektroschocks, ähm, ne, also es ist quasi, wird der Mensch ja einfach auseinandergenommen und ob jetzt natürlich dann ihre Erinnerung an diese Zeit in Arkham und die Zeit davor glorifiziert ist und sie Sachen ausblendet, ich glaube, das würde das dann im Nachhinein in der Erzählung auch alles sehr schwierig für den Mainstream machen, also dann müsste man quasi eine Montage nochmal zeigen, damit das dann klar genug ist, ah, guck mal, das hat sie sich eingebildet und das und das und ich glaube, der Horror besteht ja eher darin, dass ein Vater dafür bereit ist, seine Tochter nicht zu töten, sondern lieber an den Punkt zu bringen, dass sie halt geistesgestört ist und dass man sie nicht mehr ernst nehmen kann. Darum geht es ja, dass sie, egal was sie für eine Aussage trifft, ähm, dass man sie nicht ernst nehmen kann, weil sie unzurechnungsfähig ist, weil würde sie jetzt sterben in Arkham, würde das mehr Fragen aufrufen, ne, das ist ja ganz klar, sondern er macht diese Taktik von wegen, wir machen dich mundtot, dass dir eh keiner mehr zuhört, was ja viel schlimmer, was heißt viel schlimmer, der Tod ist immer am schlimmsten, das ist eine sehr philosophische Frage, aber es ist ja schon, was damit hier gemacht wird. Es ist wirklich fraglich, ne, für ihn ist Familie scheinbar die große Mafia-Familie und alles, was dazugehört und das ist ja auch kein unbekanntes Bild in diesen Mafia-Geschichten, wie ich sie kenne und dafür eben auch die, sag ich mal, leibliche Familie, dann da halt im Zweifel auch einfach hinten anstehen muss. Verrat ist Verrat und Verrat war es ja scheinbar, mit der Gazette-Frau zu sprechen, mit der Journalistin, ist auch krass irgendwie, oder? Das Einsohngespräch. Ja, das fand ich auch ein bisschen albern. Ja, wobei, aber es ist ja nicht nur das Gespräch, also nicht nur, dass sie irgendwie da die Nähe zu der Journalistin gesucht hat, sondern dass sie ja im Gespräch mit ihm, im Vier-Augen-Gespräch, im Vier-Augen-Gespräch, immer im Endeffekt direkt sagt, ich weiß, dass du sie umgebracht hast. Also sie sagt ihm das ja fast so, also sie sagt, ja, du hast diese Kratze an der Hand gehabt und ich weiß, dass die von irgendwas anderem stammen. Ich würde ja jetzt niemals glauben, dass du das, aber in dem Moment war eigentlich schon klar, sie weiß das und sie wird nicht aufhören, irgendwie daran zu bohren. Und dann war sie für ihn schon tot oder eben verbrannt. Übrigens noch eine ganz kurze Sache hier zu dem Oberarzt, den Arkham. Sein Name wird genannt, Dr. Ventress. Und dann dachte ich auch, okay, Dr. Ventress ist bestimmt auch irgendein Batman-Charakter. Ich habe gegoogelt, damit ihr es nicht müsst. Es gibt ein Ventress im DC-Universum. Floyd Ventress, der Mirror Man. Uh, okay. Das ist aber ein geiler Charakter. Nicht der Mirror Master. Fuck Mirror Man. Ach, shit. Okay, nee. Ja, vollkommen andere Figur. Nicht der Mads Flash. Nein, nein. Voll geil. Irgendwie, es hat irgend so ein Krimineller, den irgendwie Batman ins Gefängnis bringt. Und dort baut er sich aus irgendwelchen Spiegeln und Scherben ein Röntgengerät, um Batmans Geheimdialität rauszufinden. Ja. Haha. Ist das so ein 60er-Jahre-Villain? Ja, so ein uralt Villain aus den 50er-Jahren. First Appearance November 54. Ja, genau. Ja, geil. Liebs. Das ist wieder so diese geile Logik. Ich mag sowas. Das ist so wie wenn, hey, ich bin Superman und ich kann kleine Supermänner aus meinen Fingern schießen, weil die Story das gerade braucht. Ich habe ein Röntgengerät aus dem Spiegeln gebaut, den ich gefunden habe. Ich bin dann schon ein Superschurke. Nennt mich Mirror Man. Er kann röntgen. Aber stellt euch mal vor, euch passiert das aus Versehen. So, euch mit dem Spiegel hin. So, ah, scheiße, sieben Jahre Pech. Ja, komm, ich repariere den. Und dann habt ihr auch, also, wie funktioniert der denn? Funktioniert der Spiegel so, dass er, also, was macht der alles transparent? Also, guckt er durch den Spiegel durch? Oder ist das so, dass jemand, der in den Spiegel guckt, der reflektiert wird, ist der dann einfach ohne Maske zu sehen? Hm. Und sind die Leute nackt? Müssen wir diesen Comic wohl irgendwie ausgraben. Aber danke, The Penguin Writer's Room, dass ihr diesen Deep Cut für uns Hardcore-Floyd-Ventress-Fans da reingepackt habt. Ich habe übrigens noch mal kurz noch, ich habe ja das batman.fandom.com offen, das ist halt ein Wiki. Und da gibt es den von dir genannten Floyd-Ventress. Es gibt aber auch noch einen Lloyd-Ventrix. Uh. Und der ist, ähm, Mojo heißt der, äh, Alias-Name. Und der ist aber auch nur in der Animated Series in der Folge See No Evil aufgetreten. Und das sieht mir aber auch so aus, zumindest wie so ein Anzug, der ihn unsichtbar macht. Das könnte schon sein, ich bilde mir ein, ich habe die Folge auch vor kurzem erst gesehen, da konnte ja auch jemand sein Auto unsichtbar machen und so. Das könnte das sein. Weiß ich aber nicht. Genau alles nochmal zu ergänzen. steht in der Trivia, dass der basiert auf, äh, dem Mirror Man aus den 1950ern. Dass sie den einfach neu interpretiert haben. Alles klar. Ein bisschen sad, dass er sich Mojo nennt, weil der ist unsichtbar. Und Mojo, das klingt super rapey einfach. Das stimmt. Ich muss nämlich direkt an Austin Powers denken und, äh, wir wissen ja alle, wie wichtig das ist, dass man sein Mojo nicht, äh, geklaut bekommt. Ähm. Aber ja. Äh. Sophia hat hier in der, in Arkham, äh, in der Anstalt hat hier natürlich auch jetzt eben diese Auseinandersetzung. Da gibt's diese arme Irre, die, äh, nicht angekettet war und sie erstmal windelweich prügelt und schon relativ kurz danach wird sie wieder mit der zusammengeführt. Wieder eine gestellte Situation und die arme Irre ist diesmal angekettet und Sophia nicht. Sie bekommt allerdings eine Gabel in die Hand gedrückt und scheinbar ist das jetzt hier ein Cage-weit, nur ohne Cage. Na, wobei, schon nur ein Groß. Und, dann soll sie die halt jetzt mal gestöpseln, also, also quasi töten. Die Frage ist, ähm, warum? Wer will das? Will man hier einfach nur mal gucken, ob sie in der Lage ist, eine andere Person zu töten? Und warum hat man den Eindruck, dass die arme andere Irre getötet werden will? Das fand ich schon alles ganz interessant und bin für Interpretationsansätze offen. Ich glaube, nachdem man gesehen hat, wie Sophia behandelt wurde, hat man keinen Bock mehr, lange zu leben, wenn man in Arkham abhängt, lang genug. Also, äh, ich glaube, das war eher so dieser Schrei nach Erlösung und der Plan dahinter war, glaube ich, ganz klar, okay, wir bringen sie jetzt in eine Situation, dass sie jetzt überlegen ist und wir gucken jetzt mal, also, zum einen war es wahrscheinlich so ein Psycho-Experiment, so, was macht eine Person, die gebrochen wurde und von jemandem gedemütigt wurde, wenn sie dann die Gelegenheit hat, Rache auszuüben und gleichzeitig wäre das denen ja nur gelegen gekommen, wenn sie jemanden umbringt, weil dann kann man sie noch lange da drin gefangen halten. Also, das macht aus deren Sicht Sinn, so. Ja, zu diesem Zeitpunkt glauben wir alle noch, dass wir in sechs Monaten eine Verhandlung haben und da wäre es natürlich toll, wenn Sophia irgendwie gewalttätig wird in der Zeit, dann kann man ihr leichter die Morde anhängen, aber wie wir kurz darauf ja schon erfahren, es wird keine Verhandlung mehr geben. Sie wird da jetzt einfach bis auf weiteres in Arkham bleiben. Wie kann das sein, Alter, ganz im Ernst, ich bin, ich musste mal innerhalb Deutschlands, das musste ich ja immer noch, weil ich bin Beamter, ich bin auf Lebenszeit verbeamtet und ich habe ein Eid geleistet auf das Grundgesetz. Ich muss es, glaube ich, nicht in die Hand nehmen, ich muss nur feierlich die Hand heben und ich weiß nicht mehr genau, was ich da geschworen habe. Ich war viel zu jung und ich würde das gerne nochmal machen, um zu wissen, was ich eigentlich da unterschrieben habe, aber letztlich habe ich auf eine Handvoll Dinge geschworen, unter anderem auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung und natürlich auf den Rechtsstaat. Und ich sage mal, wie kann das denn sein, dass eine Person ungehört, gehört, lebenslang da eingesperrt wird? Da hat sich mir schon, also ich meine, klar ist ja die Stadt, das ist alles möglich und so, aber da hat sich mir schon ein bisschen was hochgekreuelt, als ich das gehört habe. Ja, ich glaube, wir Europäer mit unseren Grundgesetzen haben da, glaube ich, eine ein bisschen andere Haltung zu als amerikanische fiktive Städte. Ich glaube einfach, dass das ja einfach darum geht, es ist ja eine Parabel oder eine Erziehung quasi, was halt die schlimmste Version von etwas sein könnte und ja, ist natürlich überzogen und albern, aber es soll halt echt einfach zeigen, guck mal, die Sophia, also ich glaube, darum ging es ja am Ende, für sie gibt es kein Vor und kein Zurück, weil sie hält das dann aus sechs Monate. Wir sehen, wie sie schon völlig mit leerem Blick zu ihrem ersten Gastbesuch geht, weil der wird ihr ja auch verwehrt die ganze Zeit, wo sie einfach nur die Meldung kriegt, ja du, das wurde abgelehnt, wir wissen nicht, wann du raus darfst oder angehört werden darfst und sie ist ja einfach schon, ab dem Moment ist sie so, ah ja, weißt du was, eh scheißegal, mein Leben ist eher am Arsch, tschaui und hört ihrem Bruder auch gar nicht zu Ende zu, sondern geht wieder rein und das ist ja auch so ein Punkt, was ja noch fehlt in der Rückblende ist, wir sehen nicht, wie sie rauskommt. Wir kriegen dann später, also wenn wir jetzt mal so ein bisschen weiter gehen, vielleicht ein letzter Punkt noch in dieser ganzen Arkham-Storyline ist ja, dass sie kurz danach einfach Magpie tötet, so total, also auch, ne, so dieses Superhelden-Filmsyndrom, hey ist ein Bösewicht, der ist besiegt, der muss sterben, damit er bloß nie wieder vorkommen kann, aber hier ist es ja doppelt sinnlos, weil es ja noch nicht mal wirklich der Charakter ist, sondern sie tötet dann Harley Quinn, weil sie so ein billiges, billiges Abziehbild ist und weil sie halt einfach so ist, ja, was soll mir eh passieren, mein Leben ist halt am Arsch. Dann ist die Rückblende ja zu Ende und auch schon fast zum Glück, weil es ja schon echt hart mit anzusehen war und sie wacht halt in der Wohnung von McDreamy auf, auch wieder so ein bisschen alles weird und über, so, so sexuelle Schwingungen gehen von ihm aus und wir erfahren im Gespräch halt, dass er irgendwie geholfen hat, sie ja so rauszuholen, aber wie er das gemacht hat, wird nicht so richtig klar. Er hat aber ja gekündigt und sie da im Stich gelassen und er weiß ja gar nicht, wie schlimm das noch war und jetzt ist sie halt draußen und sie checkt halt, während sie sich gerade umziehen soll, kurz seinen Schreibtisch ab, entdeckter Pillen. Ich weiß nicht, wonach sie noch gesucht hat, vielleicht habe ich das irgendwie nicht gecheckt, aber es gibt so einen Moment, wo sie ihm ja so ganz nahe kommt, wo man jetzt denkt, ach krass, tötet sie ihn jetzt auch, ist sie auf so einem Streak, jetzt ist sie so von allen guten Geistern verlassen, dass sie niemandem mehr vertrauen kann, dann, äh, ja, entledigt sie sich ihm auch noch, aber er hat ja auch so ein ganz komisches Interesse an ihr, also das wird ja auch nicht so wirklich deutlich, ob er wirklich sie einfach nur irgendwie abschleppen will, ich habe es nicht gecheckt, ist auf jeden Fall kein Psychotherapeut, den ich meinen Freundinnen empfehlen würde. Sehr schwammige Figur, insgesamt auch, also so, irgendwie ist er der eine gute Psychiater in Arkham, man fragt sich auch, hat er das denn jetzt wirklich, warum, warum wurde er denn nicht geschmiert von, äh, von ihrem Vater, äh, und dann hält er zu ihr, er will das irgendwie wieder gut machen, wir haben ja auch mal eine Therapiesitzung mit ihm gesehen in der Serie, ähm, aber gleichzeitig wird auch so ein bisschen angedeutet, dass er vielleicht irgendwie auf sie steht, oder dass er irgendwie so ein Machtverhältnis über sie haben will, alles ganz, ganz viel, äh, Vermutung bei einer Figur, bei der ich das Gefühl habe, wir sehen ihn vielleicht auch einfach nie wieder. Ja, könnte echt jetzt sein, ne, jetzt nach dem, nach der Szene so ein bisschen, weil sie ja auch jetzt nicht so versöhnliche Worte für ihn hat, und dann sagt er, ciao, Kakao, ähm, Also gut, wir wissen schon, also wir haben ja dann diese Szene, also wir fragen uns ja letztlich, wie ist sie rausgekommen aus dem Knast, was genau hat er für einen Anteil daran, und diese Szene, wo er sich dann ja umzieht, das ist ja, da hat sie ja das Kleid an, das sie bei den Triaden an hatte, das heißt, sie, das ist schon jetzt die Szene nach der, ähm, Cliffhanger-Szene aus dem letzten Mal, das ist also, wo der auf der Gazette eingepänt ist, genau, und er hat sich scheinbar abgeholt oder was, und jetzt ist sie zuerst mal wieder runterkommen bei ihm daheim, privat, so ist die chronologische Reihenfolge, richtig? Ja, genau. Okay, nur was dazwischen passiert ist, wenn ich weiß nicht, wie sie rausgekommen ist, und warum sie ihn auch vertrauensvoll anruft, offensichtlich muss er ja irgendwas gemacht haben, dass in solchen Situationen sie gewillt ist, seine Nummer zu wählen. Ich meine, sie hat ja schon ein paar Tage vorher, hat sie ja Therapiesitzungen mit ihm gehabt, ähm, das eine ist Therapiesitzung, das andere ist der, den du anrufst, wenn du aus dem Kopf blutest. Naja gut, das ist halt, sie kann niemandem mehr vertrauen, ne? Ja, das stimmt, es bleiben nicht viel übrig, das stimmt natürlich. Und vielleicht auch ganz wichtig, wir haben ja auch durch die Rückblende jetzt verstanden, warum sie sich selber den Hals aufkratzt, weil durch die Elektroschocks werden halt ihre Halluzinationen im Traum ja so stark, dass sie sich quasi in der Rolle der Mutter sieht und sich versucht, den Strick vom Hals zu reißen, ne? Das ist, ähm, müsst ihr halt mir vielleicht noch kurz erwähnen. Ähm, ja, guter Punkt. Auf jeden Fall, was ja jetzt als nächstes passiert, sie geht halt nach Hause, weil sie muss ja jetzt schnell nach Hause, um ihr Flugticket abzuholen, weil sie muss ja bald fliegen, weil sonst wird sie umgebracht. Äh, das wurde ihr in der letzten Folge relativ deutlich von Mr. Sleazebag, äh, gesagt. Und, äh, da kommt sie in einem sehr aufgebrezelten Look, äh, so sehr mit sich selber im Reihen, würde ich mal sagen, zu einer Feier, äh, wo alle super heiter sind und es geht allen richtig gut, äh, und alle halten instant die Schnauze in dem Moment, wo sie sich an den Tisch setzt. Und, ähm, der Onkel versucht nochmal so ein bisschen die Kontrolle über die Situation an sich zu reißen, indem er eine Rede hält und sie unterbricht halt diese Rede, indem sie selber einfach, äh, ans Glas, äh, döngelt und auch eine Rede hält und eigentlich endlich mal die Wahrheit zu allen sagt. Ähm, außer halt jetzt, ähm, vielleicht, wer jetzt mit wem noch gefögelt hat, aber sie gibt eine ganz klare Message, so, ey, ich weiß ganz genau, was ihr alle gemacht habt und ihr tut alle so, wie jetzt, ob ich hier der Bösewicht bin, dabei bin ich wahrscheinlich hier die Einzige, die nie jemanden getötet hat, die Einzige, die nie irgendwas dramatisch Schlimmes gemacht hat und ich hab aber für euch alle gebüßt, so, also, vielleicht können wir nochmal kurz, äh, wie es dazu gekommen ist, also, warum, was war die letzte eigene Situation innerhalb der Familie und warum ist sie, eigentlich, warum schweigen die alle, warum ist sie nicht eingeladen gewesen, warum wundern die sich nicht, dass sie nicht da ist, warum wissen die überhaupt nicht, was mit der los ist, was ist eigentlich die Situation gerade, eigentlich hat auch nur, dieser Johnny Witte gesagt, hier flieg mal bitte nach Italien und dein, 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 was ist das, dein, dein, dein Onkel dann, ähm, möchte das gern so, aber warum die nicht nochmal zum Abschiedsessen und dann Friede vor der Eierkuchen und so und zum guten Schein und so, ich verstehe nicht, warum die Situation so angespannt ist. Die haben die eher nach Arkham eingewiesen, also, die, die hatten gehofft, dass sie die nie wiedersehen, ne, also, ich glaube, das ist eher so wie, wenn der besoffene Nazi-Onkel auf einer Familienfeier auftaucht, in der er nicht eingeladen wurde. Aber ist nicht schon wieder, aber es war ja keine Idee, es war nicht die Idee von irgendeinem von denen, dass man die ja jemals rausholt. Also, so wie ich das verstanden habe, war das ja eine Aktion von ihrem Bruder, die ja auch nur möglich war, weil der Vater halt tot ist. Der ist ja erst, auch erst vor ein paar Wochen gestorben, äh, kam ein und dementsprechend hat der Bruder das wohl so in so einer Einzelaktion entschieden, dass jetzt die Zeitpunkt, der Zeitpunkt gut wäre, seine Schwester mal zu befreien und eigentlich macht sie ja alles nur komplizierter für die gesamte Familie. Gab ja auch noch die Scheiße. Hat sie ja auch schon. Hat sie ja, genau, ja. Aber was ich trotzdem irgendwie so ein bisschen in der Szene ein bisschen komisch fand war, oder, naja, sie hatte halt jetzt ihren Moment, sie unterbricht da ihren Onkel ganz rüde und hält selber ihre Ansprache. Und ich dachte die ganze Zeit, eigentlich müsste sie jetzt irgendwas noch haben, um die zu bedrohen, damit die auch wirklich die Schnauze halten und ihr zuhören. weil es ist ja jetzt wirklich nicht so, oh, dann lassen wir sie jetzt mal zehn Minuten Monolog führen, während sie uns irgendwie alle in unsere Schranken verweist. Das fand ich so ein bisschen, in einer anderen Version dieser Szene hätte sie noch wenigstens eine Knarre oder irgendwie Granate oder irgendwas gehabt, um die wirklich da so zu, zu zwingen, ihr zuzuhören. Hätte natürlich nicht mehr zum Rest der ganzen Ereignisse gepasst, weil sie gehen ja dann einfach alle schlafen. Ich fand es eigentlich ganz geil, dass es halt einfach gezeigt hat, was das ja am Ende auch für ein Haufen ist. Also weil, wie schnell ja da auch die Bosse durchrotieren. Oh, der Bruder ist der Nachfolger. Ja, der ist jetzt so. Ja, dann wird der Onkel der Nachfolger. Und Hauptsache, es läuft halt irgendwie weiter und alle können davon profitieren. Und es war ja auch ein Kind am Tisch. Und sie hat es ja irgendwie geschafft, das alles so zu sagen, dass es halbwegs jugendfrei war. Beziehungsweise, ne, die Kleine wird ja dann noch ins Bett geschickt. Stimmt, die sitzt dann irgendwann nicht mehr mit dabei. Aber, ich fand es eigentlich ganz geil, dass sie so diese Rede hält, ohne dass halt, also weil sie ja quasi auch kommuniziert, ey, ihr habt gewonnen, ihr seid mich jetzt los, mehr oder minder. Und dann sehen wir ja diese Szene, die so ein bisschen dadurch ja schon angeteast wurde oder uns als Zuschauer nervös werden lässt, weil sie ja schon mal so komisch zu der Tochter war. Als wir sie dann nachts sehen, wie sie mit der Tochter aus dem Anwesen schleicht, aus diesem riesigen Anwesen, hat einen Rucksack dabei. Und sie erzählt dann, als sie dann im Gewächshaus sind, dass sie halt immer mit dem Bruder da gerne übernachtet hat. Und, ähm, dass sie sich immer vorgestellt hat im Dschungelzahn. In dem Haus, oder? Weil, weil da kommt hoffen wir mal. Da sind da sicher auch andere Menschen, da weiß ich nicht, ob die nicht auch noch minderjährig waren. Ähm, aber hoffen wir mal, dass es das einzige Kind war und ich muss nämlich sagen, dass ich es eigentlich ganz cool fand. Ja, okay, sie muss so machen. Ich meine, was hat sie denn auch für eine Wahl, ehrlich gesagt? Die Attitive ist, dass sie selbst zeitnah stirbt oder halt in Italien versauert. Wahrscheinlich Bettelabend. Die hätten die auch in Italien auch umgebracht. Ich glaube, das wäre so ein Ding gewesen. Also, das weiß der bei dieser Familie gar nichts mehr. Wenn die dich in so eine Irrenanstalt stecken, dann strecken die auch nicht davor zurück, dich in Italien irgendwie in irgendeinen See fallen zu lassen. Also, so hätte ich das jetzt interpretiert, dass das bei ihr im Kopf abgeht. Hundert Prozent. Ja, und statt jetzt irgendwie in Sizilien an einem See zu vergammeln, hat sie jetzt ihren Supervillen-Ark vollendet. Hat die gesamte Familie ja ausgerottet. Ja, also das habe ich sehr gefeiert. Ich mochte auch, wie das erzählt wurde. Also, es war, es war genug Überraschung da, weil ich habe ja gedacht, ah, okay, die fackelt die Bude ab, weil es wird ja dann auch so hell. Aber es war ja dann echt wirklich morgengrauen. Ich habe gedacht, sie werden geweckt, weil das Hauslichterloh brennt. Aber nein, sie sagt so, hey, du kannst noch pennen, nimm halt diesen Rucksack wieder mit. Und wir wissen die ganze Zeit nicht, was in diesem Rucksack ist. Und dann stellen wir fest, es ist eine Gasmaske. Denn sie hat einfach wie ein perfekter Bösewicht einfach alle ermordet, in dem sie einfach alle schön vergast hat. Also, wenn ich das richtig interpretiere. Und sie hat nur eine Person am Leben gelassen. Und das war ja auch, sage ich mal, ich hoffe, dass das noch klug ausgespielt wird. Und das ist die Person, die jetzt, die ja eh schon sie immer scheiße behandelt hat. Also quasi der dann der ausführende Arschloch war. Und den sie jetzt noch mehr knechten kann. Weil bei ihm hat sie nämlich das Fenster aufgelassen, in der Weise. Ja, Johnny. Johnny Viti. Ja. Ja. Und das, so endet dann ja auch schon die Folge. Wir sehen, also sie hat halt ein Herz für Kinder, aber kein Herz für Menschen, die sie verraten. Und jetzt wird halt spannend, was sie mit Viti macht und wie sie sich an Pinguin rechnen wird und was jetzt eh die Falcons machen werden. Also ich bin froh, dass wir gerade miteinander reden, damit ich endlich die fünfte Folge gucken kann. Aber da können wir ja mal spekulieren. Ich meine, das wird ja schon auf einen Kampf letztlich erst einmal, ähm, muss, muss, muss Sophia die Familie wieder aufbauen. Die muss Strukturen stärken. Sie ist die einzige noch verbleibende. Ich weiß nicht, ob sie das machen wird, dass sie zusammen mit dem, ähm, Johnny Viti, dass sie den vielleicht noch irgendwie rumkriegt, weil sie letztlich keine Wahl lässt, alle anderen sind tot. Und ob sie den auch wirklich braucht, weil sie den Kaufmann brauchst du halt vielleicht für so ein Unternehmen. Und dann muss sie halt noch den, 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 den Auswahl loswerden. beziehungsweise integrieren. Auch da hat sie vielleicht gar nicht die Wahl, um überhaupt wieder in der Position zu sein, den Maronis in irgendeiner Form die Stirn bieten zu können. Ja, also ich glaube, ähm, also Penguin und sie, die werden nicht nochmal Freunde. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass Sophia von ihm irgendwie hat belabern lassen. Der muss jetzt wirklich gejagt. Ja, hey Sophia, komm, das hab ich dir nur erzählt. Versuchen wir's nochmal. Hier, mein Lieblingskognak, äh, was geht? Drei Flaschen für dich. Nein, ich glaube, ich glaube, Penguin ist jetzt vogelfrei. Also, ähm, der hat echt ein Problem, der hat nämlich, also so wie es momentan aussieht, gar keine Verbündeten mehr. Ja. Die Maronis nicht mehr und, äh, Sophia nicht mehr und, ja, die Falcone-Familie ist ja jetzt von ihr übernommen worden. Also, ich bin sehr gespannt, äh, was ein Penguin macht, wenn man ihn in die Enge treibt. Ich hoffe, er beißt jemandem die Nase ab, so wie in Batman Returns. Ah ja, stimmt, das war auch so. Wem beißt er nochmal die Nase ab? Äh, Dings? Irgend so ein Politiker, irgend so einem, so ein, aber nicht, der gespielt wird von, Christopher Walken, oder? Nein, nein, nicht Max Schreck, äh, sondern irgendein so einem anderen. Dein Name ist so geil. Ja, Max Schreck, ach ja. Ich liebe einfach auch, jetzt, sorry, muss ich gerade so sagen, ne, also, ich weiß nicht, wie das für Zuhörer so ist, wenn wir so über Batman abhaten und gleichzeitig abfeiern, aber wenn es eine Sache gibt, die ich einfach an Comics liebe und wo ich halt das immer schade finde, wenn Leute es zu albern finden, ist, wenn man so die Historie von so Publikationen sieht, von Figuren, die halt eben einfach mal fucking 80 Jahre alt sind, ne, und wie viel weirder Shit sich ausgedacht wurde und die Namen, weil man muss ja auch irgendwie immer mit neuen Namen daherkommen und Max Schreck ist auf jeden Fall auch ganz oben mit dabei, mag ich, ähm, Ja, natürlich auch Deep Cut hier, äh, ähm, Max Schreck, der, äh, Nosferatu gespielt hat. Die ganz Alten werden sich noch erinnern. Ach, okay, deswegen heißt er so? Jaja, das ist der Schauspieler, der Nosferatu in dem, äh, Fritz Lang Nosferatu von, wann auch immer, der alte schwarz-weiß Nosferatu gespielt hat. Der erste Vampir im Endeffekt. Jaja, der, der Richter, wo auch Vampire noch creepy waren, das, äh, ne, war ja auch noch sowas, das war ja nicht so der sexy Vampir, der, äh, glitzernd vor deiner Haustür steht und fragt, ob er reinkommen darf, sondern das war der, der bei What We Do in the Shadows unter dem Keller lebt. Stimmt. Und da ist dann auch wieder die Verbindung. Holy shit. Oh mein Gott, das ist alles verboten. Grant Morrison hatte recht. Batman ist einfach schon, seit, seitdem wir Höhlenmenschen sind, gibt es schon Barbarthos, den Fledermausgott. Sorry. Ja, was ist eigentlich mit meiner, mit meiner, äh, Prophezeiung geworden von der letzten Episode, dass ich gesagt hab, hier, Rasa Agul taucht auf in dieser Folge. Knapp daneben Magpie war, war die richtige Antwort. Aber welcher Batman-Willen taucht in der nächsten Folge auf? Und wir müssen diesmal uns einen aussuchen, der wirklich nur den Namen mit der Figur dann gemeint hat und ansonsten keine Eigenschaften, kein Kostüm, nichts. Äh, ich sag, Kite Man. Fuck yeah, sag ich dazu nur. Ich find's geil, dass Kite Man durch Tom King, also, durch zu neuen Fame gekommen ist und jetzt bald eine eigene Serie kriegt, dank der Harley Quinn Zeichdreckserie. Ähm, Kite Man fänd ich zu früh, muss ich ganz ehrlich sagen, außer halt natürlich, wie du sagst, wenn nur der Name benutzt wird. Aber, ich fänd's halt ganz geil, wenn Pinguin, wenn wir jetzt das mal versucht, ernst zu prophezeien, wenn wir mal überlegen, ähm, an wen könnte sich Pinguin denn jetzt noch wenden? Gibt eine ganz klassische Antwort, würde ich sagen. Leckmann. Soll ich mal? Genau. Sorry. Ah, Sionis. Ah, ja, was ist eigentlich mit denen? Wo sind die die ganze Zeit? Die sind doch auch voll wichtig eigentlich. Auch Mopos eigentlich, ne? Ja, und halt auch für die Industrie, die sind ja Steelworks, also die sind ja, immer wenn in Gotham was kaputt geht, ist Sionis mit drin, so, also bis dann Wayne Enterprise das alles übernimmt, aber, ja stimmt, Black Mask ist, oh, ist nicht der schlechteste Prediction. Könntet ihr euch auch irgendeine Interpretation vom Court of the Owls vorstellen, die ja auch verbunden sind mit der Stadt und die Fäden ziehen? Ja, aber nur für den nächsten Film. Also ich glaube, das ist eine, da ist nur die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sie das einfach im nächsten The Batman Kinofilm verwursten, wovon ich ehrlich gesagt kein riesen Fan bin. Ich mag Court of the Owls nicht. Ja, Harvey Dent haben wir jetzt tatsächlich sogar schon im Joker 2 taucht er ja auf. Also ich glaube, wir haben jetzt gerade zu viele verschiedene Harvey Dents in den gesamten Bad Medien, als dass wir die nochmal benutzen dürften. Also, Court of the Owls wird wohl auch sehr wahrscheinlich am Cycle vorkommen, weil bei den Aussagen, die jetzt kamen, auch wieder in dem letzten Matt Reeves Interview, war ja, dass es in dem nächsten Batman Film um Verschwörungen und Korruption gehen, die man im bloßen Auge nicht sehen kann. Und das war so, sag doch einfach, dass Court of the Owls kommt. Also das ist doch jetzt, also jetzt mach doch nicht so ein Geheimnis daraus. Aber wer weiß, vielleicht kommt irgendwas richtig Lames und es ist irgendwas anderes. Aber ja, ich finde ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass Black Mask vorkommen wird, weil sie es halt sich nicht trauen, ähm, den zu machen. Äh, ist ja auch die Frage, wie er dann aussieht. Ist, ich hab ja an Birds of Prey viel gefeiert, aber wenn ich zwei Sachen im Nachhinein schwierig fand, war, dass Black Mask direkt stirbt. Ich fand's okay, wie er dargestellt wurde. Äh, und natürlich, dass Cassandra Cain nicht Cassandra Cain ist, sondern Misfit. Aber, ähm, ja, wir haben halt gerade erst Black Mask in Birds of Prey gehabt. Vielleicht trauen, lassen sie den auch erstmal in Ruhe, weil jetzt alle denken, Ewan McGregor ist natürlich Black Mask. Ich glaube, niemand erinnert sich mehr an Birds of Prey. Das ist schon, ich hatte, ich hatte ehrlich gesagt vergessen, dass der Film existiert, bis wir ihn gerade genannt haben. Und ich mochte ihn sogar. Ja, er hatte halt leider sehr schlechte Kampfchoreo. Ähm, das ist immer so mein Hauptbeef in dieser geilen Endkampfszene gewesen, dass die sehr cool hätte sein können, aber irgendwas hat sich ganz verkehrt an der angefühlt, während halt diese Szene wie Harley, äh, in die Asservatenkammer beim GCPD reinmarschiert, mochte ich sehr. Ähm, was ja dann auch von James Gunn nochmal auch ähnlich interpretiert wurde, als sie so aufräumt bei ihrem Gangsterboss. Aber ja, Birds of Prey, also wenn ihr, äh, nachdem ihr jetzt Pinguin geguckt habt, einen Film haben wollt, der ein bisschen mehr sich traut, Comic zu sein, dürft ihr Birds of Prey gucken. Aber der ist noch relativ gegroundet, weil es am Ende immer noch das DCEU ist und, ähm, ist nicht ganz so bunt, wie er sein sollte. Aber es kommen Hyänen vor. Dass sie Harley eine Hyäne gegeben haben, fand ich schon super. Das ist schon deutlich bunter, als, als, äh, jeder Film von Snyder aus dieser Ära. Ja, oder wenn wir uns halt, und sie haben sogar ein paar Tattoos von Harley, äh, entfernt, weil die einfach drüber waren. Aber ja, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Bei der Abmoderation. Denn die nächste Folge, Folge 5, ist auch an den Startlöchern. Die wird den Titel Homecoming tragen. Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich ein Spoiler. Ich weiß nicht, ob ich den noch rausschneide oder nicht, weil das wusste man, glaube ich, noch nicht zum Zeitpunkt dieser Aufnahme öffentlich. Oder ihr habt es hier ganz exklusiv beim Telestatsch gehört und Warner haut mir jetzt einfach eine Klage um die Ohren. Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall mal wieder mega nice mit euch in die Untiefen der Arkham-Anstalt, ins Arkham-Assignment abzusteigen. Ich habe durch unsere Besprechung einfach auch nochmal und durch unser Recap relativ viele Zusammenhänge für mich selbst noch herstellen können. Unter anderem auch einfach die chronologische Abfolge noch besser herstellen können. Vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Und liebes Publikum, bevor die Jungs wirklich jetzt Tschüss sagen, euch auch nochmal der Hinweis und so. Und sie sind zwar noch nicht auf dem Community Hub des Telestammtisch, aber ich bin mir sicher, die beiden Jungs treten da bald bei. Kommt mal rum auf tele-stammtisch.de slash Discord. Dort findet ihr besagten Community Hub. Wir reden dort über einmal alles und noch mehr, insbesondere auch über die aktuellen Veröffentlichungen, die es bei uns so gibt. Das sind eben auch Recaps wie diese hier, aber eben auch verschiedene tagesaktuelle Besprechungen von Filmen und Serien. Wenn das hier rausgekommen ist, werdet ihr unter anderem auch schon die Besprechung vom zweiten Joker hören können. Den werden wir natürlich auch vorab sehen. Eine Kollegin hat ihn hier bereits in Venedig gesehen, kann da exklusives auch berichten von der, weiß nicht, war es die Weltpremiere oder die Europapremiere, ich weiß es nicht. Also da gibt es schon viele spannende Inhalte, die ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen wollt. Maurice, Heiko, danke, tschüss und auf Wiedersehen. Bis bald, tschüssi. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.